Sponsoring zwischen der Zürich Versicherung und Headstart läuft jetzt etwa seit einem Jahr. Wir sind als Start-up auch selber bei der Zürich Versichert und das ist wirklich etwas, was bis jetzt sehr gut funktioniert hat und darum haben wir gedacht, wenn wir den Start-ups auch etwas auf den Weg geben, was man in dieser doch teilweise relativ undurchsichtige Sache besser machen kann, was man beachten muss. Michi, ich übergebe dir gerne das Wort. Was ist wichtig für Start-ups, wenn es um Versicherungen geht? Ja, ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und es ist uns bewusst, es ist nicht das Lieblingsthema der Start-ups, es ist das Lieblingsthema von niemandem am Schluss vom Tag, um sich mit dem aktiv auseinanderzusetzen. Trotzdem ist es etwas sehr wichtiges und es kann am Schluss vom Tag auch wirklich überlebenswichtig sein, auch für eine Firma. Und darum ist unser erster Tipp eigentlich, verschafft dir mal einen Überblick, was gibt es für Lösungen auf dem Markt, was gibt es für Produkte und dann auch für dich selber, was sind für dich die grössten Risiken in deinem Unternehmen. Ist uns natürlich bewusst, dass ein Start-up gründer immer ein Risiko ist, das ist per se schon mal so. Genau, aber das heisst nicht, dass man leichtfertig ist und ich glaube, dort geht es darum, dass man abwägt zwischen den Risiken, wo man sagt, hey, die gehören zum Business, das gehört dazu, die bin ich bereit, selber zu tragen und Risiken, wo man sagt, look, dort müssen wir uns absichern, das wäre blöd, wenn wir wegen einem kleinen Fehler am Schluss den Laden zu machen. Also jetzt schlussendlich ist es wirklich auch ein bisschen ein Abwägen in dem Sinne und halt auch relativ branchenspezifisch, was dann wirklich wichtig ist. Hast du vielleicht so einen Nogel, was jeder Start-up unbedingt machen sollte? Ja, also ich glaube ganz klar ist, es gibt obligatorische Versicherungen, gerade wenn man Mitarbeiter hat, das ist zum Beispiel eine Unfallversicherung. Schauen, dass man die Pensionskassenlösung hat für die Mitarbeiter, das ist essentiell natürlich und was wir immer sagen, ist auch eine Haftpflichtversicherung, weil das sind Fehler, wo man vielleicht durch einen Fehler, wo man einen Schaden einem Dritten zufügt und das sind sehr teure Schäden, die wirklich die Existenz der Firma gefährden können und darum empfehlen wir ganz dringend, das in jedem Fall abzusichern. Punkt Nummer zwei ist aus unserer Sicht, dass man Prioritäten setzt, ganz persönlich für sich. Wir haben gesagt, man muss auch selber heraus spüren, was sind die Risiken, die ich tragen kann oder nicht. Ich glaube auch dort gibt es ganz viele unterschiedliche Start-ups. Es gibt vielleicht eine Studentin, die noch zu Hause wohnt und nebenbei etwas aufbaut. Oder dann gibt es vielleicht irgendwo einen 45-jährigen Architekten, der wirklich ein Büro übernimmt mit Mitarbeitern, der auch an Start-ups durchgeht und der hat vielleicht zu Hause noch eine Familie, der hat eine Hypothek zum abzahlen und da kommen ganz andere Themen dann ins Spiel. Und ich glaube, dort ist wichtig, dass man die individuelle Situation anschaut und dass man auch schaut, wie viel Risiko bin ich bereit selber zu tragen und sich dort die Prioritäten festlegt. Wie viel von diesen Sachen sollte man sich schon vorher selber überlegen, bevor man jetzt auf eine Versicherung zu gehen? Ja, also ich empfehle, dass man sich sicher mal online informiert. Wir bei Zürich haben zum Beispiel online einen KMU-Check, wo man mit relativ wenigen Fragen eine erste Produktempfehlung rüberkommt. Und ich denke, es macht Sinn, dass man sich mal einlässt, dass man mal schaut, was sind das für Risiken, was gibt es dort für Lösungen dazu. Und dann am Schluss des Tages ist wirklich die Beratung auch der nächste Schritt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dann auch mit jemandem redet, dass man das mal spiegelt mit der Meinung von einem Experten. Und da gibt es auch ganz verschiedene Wege. Man kann das einfach am Telefon machen und seine Fragen dort stellen. Oder man kann auf eine Agentur gehen und bei einem von unseren Versicherungsberater zum Beispiel einen Termin buchen und mit ihm das mal besprechen. Also man hat da auf jeden Fall diverse Anlaufstellen, wo man sich diese Informationen holen kann. Genau, unsere Türen sind offen und ich glaube, wir haben viele Expertisen. Einerseits eben bei uns im Vertriebsnetz, dann aber auch online, wenn man einfach anrufen will. Unsere Experten sind da und sie beraten gerne und das hat auch nichts damit zu tun, dass man dann auch etwas kaufen muss am Schluss. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mal bewusst wird, was es für Risiken gibt. Perfekt. Punkt Nummer drei. Ja, das ist eigentlich der Punkt Nummer drei schon gewesen. Beratung, das wäre mein Tipp gewesen. Also wirklich auf einen Experten zu gehen. Und dann kommen wir eigentlich gerade schon zu Punkt Nummer vier. Und das wäre dann, dass man das auch regelmässig überprüft. Oder gerade als Start-up, glaube ich, ist es besonders wichtig, weil die Situation verändert sich. Oder nach einem Jahr hat man vielleicht plötzlich zwei, drei neue Mitarbeiter, man hat mehr Umsatz. Das Geschäft hat sich dann vielleicht gleich in eine andere Richtung entwickelt, als man ursprünglich gemeint hat. Und darum ist es wichtig, dass man in dieser Zeit vor allem regelmässig wieder über seinen Versicherungsschutz schaut und prüft, was es anzupassen gibt. Ja, das ist tatsächlich etwas, das wir jetzt nach ein bisschen mehr als einem Jahr, als wir im Business tätig sind, eigentlich auch dran sind, das wieder mal alles neu anzuschauen. Weil ja, es verändert sich relativ schnell etwas. Also ich glaube, die Sicherung ist trotzdem immer im Hinterkopf. Aber man denkt vielleicht nicht gleich als Erster an, dass man jetzt dort wieder etwas anpassen muss. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Also ich glaube, am Schluss vom Tag geht es wirklich darum, dass man sich sicher fühlt, dass man die wichtigsten Risiken abgesichert hat. Weil am Schluss vom Tag ist es wirklich auch schade, wenn eine Start-up zu machen muss, wegen irgendeinem Fehler, der passiert ist, der man nicht richtig abgesichert war. Definitiv. Gut. Gut. Jetzt vielleicht nochmal schnell zusammengefasst, ganz kurz, die wichtigsten Sachen, die man als Start-up mit der Sicherungsauswahl beachten muss. Wirst du vielleicht gerade schon dem Publikum direkt sagen? Ja, also eben, meine Empfehlung ist, euch einen Überblick verschaffen, informiert euch online. Geht auch gerne bei uns auf die Webseite, macht den KMU-Check, schaut an, welche Produkte es gibt. Lernt euch nachher auch beraten, schaut mit euch zusammen, was für euch Prioritäten sind, wo ihr euch absichert und wo ihr sagt, das Risiko träge ich selber. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dort eine individuelle Lösung findet. Und dann, vergessen Sie nicht nach der Gründung, schaut regelmässig wieder drauf. Kann auch dazu führen, dass ihr noch Prämien sparen können, oder? Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man dranbleibt und das regelmässig dran bleibt. Super. Michi, danke dir vielmals für die spannenden Insights. Ich glaube, ja, es ist ein Thema, man setzt sich nicht unbedingt gerne auseinander mit, muss man ehrlich sein, aber trotzdem sehr essenziell, wenn man sein eigenes Business startet. Der vorher erwähnte KMU-Check könnt ihr unter zürich.ch.startups anschauen. Dort findet ihr auch die letzten Episoden, die wir mit Headstart aufgenommen haben. Ich würde uns freuen, wenn ihr dort vorbei schaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönes Tag miteinander. Hochschule Liebe підstattet kan